Da ist das Auto geparkt, 2 Euro kostet die Tageskarte für Autos, so spät. Da musst du es bezahlen, Mobil kostet 4 Euro und da ist dann die Bergbahn. Und da kommt die Bündelbahn und wie heißt die, die fährt hier Bodenmais, überall hin. Das ist die Rundfahrt, Stadtrundfahrt, cool. Und das ist der Berg, Winter, im Sommer, hier, das ist der Berg. Berg. Ja, ich komme da schon. Bergbahn. Was ist das? Das ist der Schlager. Mit dieser Bahn, sage ich, mit der Cousine-Bahn am Sparsteig hoch. Ganz nah auf. Man kann mittel aussteigen oder ganz um aussteigen. Wir fahren bis zum Gipfel. Damit fahren wir hoch. Ticket kostet 6 Euro. Und oben ist Restaurant, hier ist ein Restaurant und Toilette und da ist gleich der Ticketschalter. Dann sieht man es. So, und das ist jetzt das Ticket. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. So. Entschuldigung, wie funktioniert das? Einfach steilig hier da gegenhalten, oder? Ja. Dann können wir durchlaufen. Was hast du jetzt gemacht? Hä? Einfach gegengehalten. Was ist denn? Wo ist denn da? In der Karte. Achso. Jetzt musst du erst erwarten. Mütze muss ich anbauen. Dann ziehe ich es wieder vorne. Uppzack, vorne. Uppzack, vorne. Mach ich das dann? Bin dabei. So. Nicht in das Ding da rein schauen. Jetzt? Hopp. Hopp. Ja. Das haben wir hoch. Hey Charlie. Jetzt können wir die Füße anhalten. Jetzt geht es hoch. Da haben wir hier einen Daumen hoch, oder? Ja. Ja. Wir sind alle gut angesagt. Ja. Achte Charlie. Hey. Meine Füße waren zu groß. Bei Beinen. Kann ich ja auch rüber stecken. Jetzt geht es hier langsam hoch. Eigentlich fang ich drauf an, oder? Hä? Nicht drauf an zu drauf. Okay. Lustig. Haha. Jetzt darf ich es immer noch an. Wunder können wir laufen. Ja. Aber da nicht. Da. Geh runter. Wir gehen ganz nah auf. Und das ist die Rodelbahn. Und das ist die Cousine Barbara-Schwarz. Und Charlie. Und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Deine Chance auf der Suche nach neuen Abendern. Das bin ich mit einem Teil hier. So. Und wir fahren jetzt hier das... Wir sind gerade im Bayerischen Wald. Am Boden meistens. Wir fahren gerade am Seerberg. Die Bergbahn hoch. Und Ticket 6 Euro bezahlt. Ja. Und das hier war alles dann Drehort für 5 Freunde. 2 Filme. Naja. Da wo halt die... Der Eingang zu der... Schatzkammer oder Geheimgang. Geheime Höhle ist von den... Naja. Von der... Von der... Schwarze Katze. Wo das grüne Auge versteckt ist. Das Markt. Und wo die... 5 Freunde... Naja. Von der Gangster davon gelaufen sind auch. Und... Ja. Wo auch das... Ähm. Die Gangster wäschern. Ähm. Der Große. Ältere. Ein bisschen dümmlich dargestellt soll. Äh. Ja. Und die... Hauen davon sind ja die Gangster. Und ja. Und äh. 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 Bei Film. Nach der Szene wo die 5 Freunde in das äh. Westküste fahren. Dann sind sie dann laufen sie über dem Bodenmais um den Silberg rüber. Und da sagt George das ist die Gaffensteinfelsen. Also da oben die Spitze sind die Gaffensteinfelsen im Film. Und das Gaffenstein versteckt da. Das grüne Auge. Ja. Boah. Das ist ein Bohnenmais. Und die hast irgendwie Musik oder? Mhm. Die Silberbergstation. Die kann man auch kurz sehen in 5 Freunde Filmen wo diese Gangster abhauen. Wo sie dann da drin wissen. Mit ihren Küppelwagen. Aber jetzt fahren wir erstmal hier hoch und genießen die Fahrt. Ja. Und mit der GoPro. Und die Charlie gefällt es auch. Ja. Ist aber angeschnallt. Ja. Kann nichts passieren. Gut gesichert. Ja. Ist schön. Die Fahrt. Nach Norden Richtung Barbarer Straße starten. Jetzt darf ich es immer noch an. Ja. Und wir wünschen euch halt viel Spaß bei diesem Film. Also guckt einfach weiter. Also. Und so weiter und so fort. Hehehe. Ja. Genießen wir einfach die Gegend. Die Hochfahrt. Mhm. Das ist die Mittelstation. Und da drüben ist halt der Fußweg. Ja. Und da drüben ist ein Fahrer. Ja. Und da drüben ist ein Fahrer. Ja. Wir fahren doch noch weiter oder? Ja. Ganz drauf. Zum Gipfel. Das ist nur die Bergstation. Ach so. Das ist die Berg. Bergstation. Ja. Da drüben ist ein. Und waren halt. Ich weiß doch. Früher waren noch Bilder von den 5 Freunden. Von Dreharbeiten noch. Ob es noch da sind weiß ich nicht. Die Bilder. Jetzt geht es ja noch höher. Ich glaube nicht. Sonst geht es weiter. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Das ist die Rodelbahn. Wenn ich rodeln möchte, gehe ich weg. Ich schweiz wieder zum Boden. Super zum Ding. Dann gehe ich zum Ding. Die Rodelbahn. So ein Puppenstein. Schön ist es aber. Ja. Ja. Das ist schön. Gell Charlie. Was du so alles erlebst. Ja. 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 Eine schöne Berg. Bergteilfahrt. Also gelaufen ist geplant, dass wir dann hinten am Rücken der Bergstation vorbeikommen. Mal gucken. Da hinten, da hoch und da runter. Mal gucken. Wenn ich nicht. Da siehst du schon, wenn er Steine kommt. Ja. Schön ist es. Ja. Wird schon aus. ich schon. Geh mal einen Darm hoch, Darm hoch, yes. Der ist schon begeistert. Das heißt für Freunde die Gaffensteinfelsen, sagt George. Und das sind da Laufwege. Wo sind Laufwege Hunde? Nein, Laufwege. Das sind einfach Laufwege, wie gesagt, Laufwege, Wanderpfade. Ja, weit läufiger, hat das wohl angehört. Jetzt kommt auch, wie tut man mich aussteigen davon. Darum ist die Endstation. Und da unten ist eine Hose, eine schwarze. Und da ist einer runtergefallen. Denkst du an, Charlie? Oben musst du raus. Schön, oder? Ja. Jetzt geht es bald zu Ende, Charlie. Ja, dann brauchst du gar nicht zu wieben. Jetzt geht es zu Ende. Ja, steben. Wenn sie mal hier unten sind. Uuuuuhu. So, jetzt müssen wir gleich oben. Da oben will jemand sein, oder? Ja. Also, wenn nicht, ist es... Wie musst du wieder runterfahren? Einfach einen Bügel hochmachen und runterlaufen. Ja. Bügel runter und hinfliegen. Ja. So geht es ungefähr. So funktioniert es. Was geht drauf? Bügel, Füßen öffnen. Hä? Überkopfbügel? Öffnen. Was ist Überkopfbügel? Jetzt auch noch nicht, oder? So. Welcher Öpfe muss man öffnen? Was denn? Ja, das macht er schon. Wie geht das jetzt weiter? Ich weiß nicht. Willst du raus? Ja, wie geht es auf? Das geht nicht. Das geht nicht. Die Füße musst du weg tun. Das geht nicht. Die Füße musst du weg tun. Darf ich das schon? Nein, du bist noch drin. Ach ja. Gut. Du gehst nicht, ey. Da raus geht es. Wo geht es also? Muss der Bügel? Füße weg tun. Ich muss erst mal warten. Mit Füßen geht das nicht. Das ist ja wunderschön. Jetzt kommen wir hier an. Bodenweiß. So, jetzt sind wir hier am Gipfel an. Jetzt sind wir fast am Gipfel angekommen. Jetzt laufen wir hier hoch. Bügel auf. Bügel auf. Ja, da musst du Füße weg machen. Ich bügel auf. Nein, aber so. Kommt ihr alle mal hier zu? Nee, da gab es nichts Besonderes. Und nicht auch. Füße abgezogen. Gaffenstandfelsen. Ja. Lauf weiter. Steil lang geht es. Mach nichts. So, sind wir hier oben. Druck. Knochen auf. Knochen.